Heute wollen wir dann reden über das Thema rein und unrein. Was sagt die Wissenschaft? Das hört sich so langweilig an. Ich habe euch erzählt in einem vorigen Vortrag, dass ich da bei der Jerusalem-Klagemauer geredet habe mit Orthodoxen, Juden. Und die sagen, man darf überhaupt nicht hierüber diskutieren, denn nur die Rabbahs dürfen einem sagen, was da vor sich geht. Aber ich will es trotzdem wagen. Was sagt denn die Wissenschaft zu diesem Thema? Wenn wir dieses Gesetz lesen hier in Mose, dann sind da so viele heutzutage, die sagen, das gilt ja gar nicht mehr. Aber ist das wirklich so? Von allem reinen Vieh sollst du je sieben zu dir nehmen, ein Männchen und ein Weibchen. Und von dem Vieh, das nicht rein ist, je zwei ein Männchen und sein Weibchen, auch von den Vögeln des Himmels je sieben ein Männchen und ein Weibchen, um Nachwuchs am Leben zu erhalten auf der Fläche der ganzen Erde. Also sieben Pärchen der reinen Tiere. Und wie viele Pärchen der unreinen Tiere? Ein Pärchen. Also rein und unrein, ist das ein jüdisches Gesetz oder ein vorsintflutliches Gesetz schon? Muss vor der Sintflut schon gewesen sein, denn hier haben wir plötzlich rein und unrein schon vor der Sintflut. Und Noah baute dem Herrn einen Altar und er nahm von allen reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Also rein und unrein existierte vor der Sintflut. Jetzt die Frage ist die, hat Gott unreine Wesen geschaffen? Etwas, was unrein ist, hat er das geschaffen? Oder war alles gut, sehr gut? Alles war sehr gut. Also wieso sind einige Tiere jetzt plötzlich rein und andere Tiere sind unrein? Dann sagt die Bibel auch zum Menschen, er soll sich nicht verunreinigen. Jetzt was verunreinigt einem? Sünde. Aber Tiere haben doch nicht gesündigt. Die Tiere können doch nichts dafür, dass Adam und Eva gesündigt haben, oder? Also wieso gibt es dann rein und unreine Tiere? Well, als diese Erde geschaffen wurde, war alles perfekt. Und Gott sah, dass es gut war. Ja, es war sehr gut. Und die Bibel sagt, alles am Anfang war rein vegetarisch. Da war kein Tod, die Tiere haben sich nicht ermordet. Und diese Gesetze sind nicht nur jüdische Gesetze, sie sind auch Gesetze von vielen, vielen Menschengruppen. Aber kommen wir gleich dazu. Wieso sind wir dann heute in einer Situation, wo die Bibel sagt, es gibt rein und unrein Tiere? Der Sündenfall kam und wer ist verantwortlich für diese Erde? Wer hat die Verantwortung für die ganze Erde bekommen? Und wer sollte da herrschen über auch den Tieren? Der Mensch. Und wenn der Mensch gesündigt hat, dann ist alles, wofür er verantwortlich ist, auch unter diesem Druck der Sünde. Und das ist eine Konsequenz, die wir jetzt haben, dass das ganze System sich geändert hat. Wenn wir die anderen Völker betrachten, dann haben wir islamitische Gesetze. Die verbieten den Genuss von Schweinefleisch. Die Schlachtmethoden sind ähnlich wie bei den Juden. Also hier haben wir eine ganz große Gruppe. Aber ja, die entstanden ja erst so nach 600 nach Christi. Viele Völker verbanden das Schwein von ihrem Speiseplan. Bei den Navajo-Indianern im nordtürkischen Jakuten sowie den Samen in Lapland war Schweinefleisch auch verboten. Also hier haben wir ganze Gruppen, die auch diese Verbote haben. Iraner durften nur Fische essen, die Flossen und Schuppen haben. Im Südpazifik isst man keinen Aal, da haben sie auch keine Schuppen. Parallele mit lefitischem Speisegesetz gab es auch in dem alten Hindus nach Manu-Kode. Manu ist der Noah der Hindus. Durften fleischfressende Vögel und Tiere ohne gespaltene Hufe nicht verzerrt werden. Also es scheint, als ob da in vielen Völkern solche Gesetze waren, die übrig blieben. Es ist also kein jüdisches Gesetz. Und wieso sagt die Christenheit heute, dass diese Gesetze aufgehoben wurden durch Jesu und dass wir rein und unrein vergessen können. Da ist kein Unterschied mehr. Alles ist jetzt rein. Das ist ja bemerkenswert. Ich habe gerade neulich wieder so eine Predigt gehört, wo einer sagt, man darf alles essen, denn Gott hat alles geschaffen, um gegessen zu werden. Dann dachte ich mir, wieso genießt du dann nicht die giftigen Pilze? Wieso lässt du die raus? Oder giftige Tiere, wo die Haut, wenn man sie nur anfasst, dann stirbt man schon. Oder giftige Pflanzen und so weiter. Sicherlich ist alles nicht geschaffen, um gegessen zu werden. Alles, was geschaffen ist, um gegessen zu werden, das darf man essen. 3. Mose 11, Vers 1-8 Am besten wäre es, wenn ich den Vortrag da vorne gebe, aber naja, dann falle ich runter, dann bleibe ich mal hier. Und der Herr redete zu Mose und zu Aaron und sprach zu ihnen, rede zu den Söhnen Israels, dies sind die Tiere, die ihr von allen Tieren auf der Erde sind, essen dürft. Alles, was gespaltene Hufe hat, und zwar wirklich aufgespaltene Hufe und was wiederkäut. Das dürft ihr essen. Unter den Tieren, das dürft ihr essen. Nur diese von den Wiederkäuern und von denen, die gespaltene Hufe haben, dürft ihr nicht essen. Das Kamel, das ist jetzt interessant. Ich bin Wissenschaftler und war noch Vergleichsphysiologe und als ich diese Dinge so studierte und betrachtete, dann war das mir schon merkwürdig, denn das Kamel ist genauso wie eine Kuh, ein Wiederkäuer und die Anatomie ist auch ziemlich gleich, hat auch einen Vormagen, einen Ruhmeln und dann die verschiedenen Kämmerlein, so wie Omasum, Abomasum und den richtigen Magen und dann den Darm und alles Mögliche. Also ziemlich gleich, aber trotzdem keine gespaltenen Hufe und darum ist das Kamel unrein. Und die Frage ist, wieso? Ist es verkehrt zu fragen, wieso? Ich denke, das ist eine gute Idee. Immer fragen, wieso? Denn es kaut wieder, aber gespaltene Hufe hat es nicht. Unrein soll es euch sein. Und der Klippdachs, denn er kaut wieder, aber hat keine gespaltenen Hufe. Unrein soll er euch sein. Den Hasen, denn er kaut wieder, aber hat keine gespaltenen Hufe. Diese Tiere sind unrein. Also das sind rein vegetarische Tiere, Kamel, Klippdachs, Hase, aber sie sind unrein. Unrein soll er euch sein, das Schwein, denn es hat gespaltene Hufe und zwar wirklich auf gespaltene Hufe, aber es kaut nicht wieder. Unrein soll es euch sein. Vor allem Fleisch dürft ihr nicht essen und ihr Aßt nicht berühren. Unrein sollen sie euch sein. Das sind doch interessante Gesetze. Also hier haben wir eine schöne Kuh und die ist nach diesen biblischen Satzungen rein, denn sie hat gespaltene Hufe, Wiederkäuerin, hat einen bestimmten Magen, ganz interessant und diese Tiere gehören dann auch zu den reinen Tieren, die Schafe und die Böcke und die Wildsböcke, die sind alle rein. Die fallen alle in dieses Modell hinein. Das ist sicher der schönste Antelope in Afrika. Der Orcs, Gemsbock. Der Springbock, der süß, der süß. Ich hatte einen, das war mein, naja, er lebt nicht mehr. Und hier haben wir auch reine Tiere, das ist der Vellebeers, und Kudu, und diese kleinen Clipspringekies, das sind alles reine Tiere. Und der hat auch einen gespaltenen Huf und den gleichen Magen, müsste also auch unter dieser Gruppe resultieren, als rein, also alle diese Böcke haben ungefähr die gleiche Anatomie. Nämlich diesen ganz interessanten Magen, den Pansen, den Rumen, ein riesen Sack, wo Fermentation stattfindet und wo Bakterien drin wachsen, die helfen, um Cellulose abzubauen. Und dann gleichzeitig gebrauchen sie diese Nahrung und zeugen dann auch für ihren eigenen Gebrauch Proteine und so weiter. Und dann geht das Ganze hier durch den Obomasum und Amasum. Ich weiß, ihr habt alles andere Namen da, aber ich gebe mal die wissenschaftlichen Namen. Und dann geht es in den Dünndarm. Und das Interessante ist, so wie das jetzt sich durchbewegt, geht nicht nur das, was das Tier frisst, die Cellulose, hier durch diese Kammern in diesem mächtigen Gärungsraum, sondern die Bakterien gehen natürlich auch durch. Und die werden dann auch verdaut und somit kriegt dieses Tier, weil es hier in diesem Vormagen diese Gärung mit diesen zig Milliarden Bakterien gibt, auch diese Produkte, die Proteine und die Kohlenhydrate und die Fette, welche die zeugen und die natürlich Vitaminen, B12, alle diese Dinge werden durch die Bakterien gezeugt. Und dann hat dieses Tier alles, was es nötig hat und einen ganz langen Darm. Und der Darm ist ungefähr 22 Mal so lang, wie das Tier ist. Hier vom Hals bis zum Ende. 22 Mal so lang. Und dann endgültig wird es ausgeschieden und das geht einmal rein, geht ganz durch, raus und fertig. Und diese Tiere sind rein, mit eins oder zwei Ausnahmen. und eine der Ausnahmen hier ist das Kamel. Kamel, du hast die gleiche Anatomie, bist aber unrein. Deine Füße sind nicht gespalten, die haben so einen großen Fuß, der so im Sand gehen kann, also ein Tier, das akklimatisiert ist, um in der Wüste zu überleben. Jetzt muss ich mich mal fragen, die Wüste, gab es die als Gott, die Welt schuf und sie war gut. Sehr gut. Ja oder nein? Ah, die gab es nicht. Also wenn es keine Wüste gab, dann brauchten die Tiere auch nicht ganz besonders akklimatisiert und angepasst sein bei diesen Umständen. Also diese Tiere haben sich geändert, um mit diesen Umständen klar zu werden. Und dieses Kamel hat die Eigenschaft, dass es lange ohne Wasser gehen kann. Und auch lange ohne Futter. Und es sammelt große Mengen Fett hier in diesem Buckel. Und das wird verbrannt. Derweil dieses Tier dann in der Wüste lebt. Und natürlich haben sie das Problem, dass es sehr warm wird in der Wüste. Und was macht ein Säugetier in warmen Umständen, um kühl zu bleiben? Was passiert da? Es schwitzt. Es schwitzt. Und dann wird es kühl dadurch. Aber wenn man schwitzt, verliert man Flüssigkeit. Und dieses Tier hat eine ganz sonderliche Art und Weise, um mit diesem Problem umzugehen. Nämlich, es erlaubt, dass die Körpertemperatur wesentlich ansteigt. Wesentlich ansteigt. Und dann in der Nacht wieder gekühlt wird. Einfach, weil die Umgebung kühler wird. Und dann hat er noch eine Eigenschaft. Er kann Harnstoff zurückhalten. Wogegen Harnstoff für uns giftig ist, kann die Harnstoffstoffe ansteigen und er kann sie wieder gebrauchen und wieder durch den Körper gehen lassen. Und somit kann es passieren, dass diese Tiere mit Zeit mehr Giftstoffe akkumulieren als andere Tiere. Und darum sagt die Bibel wahrscheinlich, das ist unrein. Denn dieses Tier sitzt mit einem Problem, das es löst, physiologisch, damit es länger leben kann unter diesen Umständen, aber weil es nichts ausscheidet, weil es nicht schwitzt und weil die Giftstoffe nicht ausgeschieden werden, bleiben sie im Körper und verunreimt das Tier. Ist das Tier unrein geschaffen oder sind die Umstände jetzt so, dass um das zu überleben, hat er chemische Reaktionen, die ihn schützen vor dieser Umgebung und die verunreinigen ihn. Ist das möglich? Dann ist das eine Konsequenz der Sünde. Also das Tier sollte man nicht essen. Aber eine Schönheit ist es auch nicht gerade, aber ganz lieb. Und der Klippdachs, der Klippdachs ist auch sehr interessant, denn er kaut wieder, aber hat keine gespaltenen Ufe, unrein soll er sein. Jetzt alle diese Tiere, die auf Pfoten gehen und die total Pflanzen essen, einige essen ja die, wieso sind die alle unrein? Die haben diese komischen Eigenschaften, dass viele von diesen Tieren, die ganze Rodentia-Gruppe zum Beispiel, werden sie gleich besprechen, essen ihren eigenen Kot. Und wir werden gleich sehen, warum. Aber dieses Tier ist auch noch interessant, denn es hat die Eigenschaft, dass die Temperatur des Körpers auch nicht gleichmäßig bleibt. Und so hat es mehr Gärung oder weniger Gärung angesichts der Temperatur und dann natürlich noch diese Eigenschaft, dass sie nicht nur die Pflanzen essen, sondern auch manchmal diese Metabolition anpassen, so wie die Rodentia. Der Hase, der passt auch in diese Kategorie, er isst auch nur Pflanzen und hier ist so ein typischer Hasendarm, wie das da aussieht. Er hat einen normalen Magen, also keinen Vormagen wie eine Kuh, also diese Fermentation von Zellulose kann nicht stattfinden in einem Vormagen, also muss das Essen durch den Magen in den Darm hineingehen und da wird natürlich aufgenommen was Verdautes und dann am Ende des Darms ist da ein großer Sack und den sehen wir hier, da ist er, so ein ganz dicker Sack und der heißt Zikum und das ist der Fermentation Sack, so was bei der Kuh vor dem Magen liegt, liegt hier bei dem Hasen am Ende des Darms und was passiert dann, jetzt findet die Fermentation hier statt, die Bakterien bauen die Zellulose ab und das ist ja was er nötig hat als Nahrung und die Bakterien Bauen Eiweiß und der Gleichen das ist auch was er nötig hat als Nahrung aber jetzt sitzt am Ende des Darms was macht er denn da er hat nur zwei Möglichkeiten entweder er sagt gut wir schalten den Darm in Rückwärts Gang und wir lassen das Ganze wieder in die andere Richtung hoch gehen aber das kann er nicht also was ist die andere Möglichkeit wir lassen es durchgehen und dann fressen wir es wieder das heißt Koprophagie phagie heißt Essen Kopros ist Kot also er isst die eigenen Ausscheidungen und er produziert zwei Arten Ausscheidungen eine harte und eine weiche und die weiche ist die hier direkt aus dem Sekum kommt und normalerweise wenn der Hase schläft tagsüber ab und zu ist da so ein Durchgang und er frisst es direkt vom Anus runter und somit wird das Ganze wieder durch den Darm geschoben aber wenn es das erste Mal durchgeht und da findet diese Verdauung statt dann werden da natürlich auch die Verdauung Substanzen sowie Gallensalz und so weiter werden dazugegeben und wenn die sekundär wieder durchgehen dann werden das nachher sekundäre Substanzen einige sind karzinogenisch und so sind die Giftstoff Flächen in diesen Tieren wesentlich höher als in Tieren wo das einmalig durchgeht und fertig meint ihr als Gott die Welt schuf und sie war gut sehr gut hat er Tiere geschaffen die ihren eigenen Kot essen müssen ja oder nein ich denke nicht also ist das wiederum eine was eine Konsequenz und was war die Konsequenz wieso muss dieser arme Hase es zweimal durch den Körper gehen lassen wenn er früher Pflanzen gegessen hatte wieso jetzt das weil er isst nur einige Arten Pflanzen und was wenn die Erde verflucht war und die ganze Nahrungskonzentration in den Pflanzen gesenkt wurde dann kann man nur überleben wenn man eine beträchtliche Variation von verschiedenen Pflanzen ist aber wenn man beschränkt ist wie ein Hase dann hat man vielleicht zu wenig und dann hat man diese Fermentation nötig und man hat diese Bakterien nötig und dann kann das klappen also diese Tiere sind unrein jetzt möchte ich fragen ein Tier das höhere Giftstoffe hat weil es eine bestimmte Verdauungsart hat kann das rein erklärt werden nach Christi oder bleibt es noch immer unrein Frage also wenn wir den Darm auseinander holen dann sehen wir genau wie das vor sich geht hier ist der Magen und dann kommt der normale Darm da geht das alles durch und hier ist dieser große Sack hier nach dem Sack und hier haben sie das alles Blinddarm genannt aber das ist eigentlich der Sikum den wir hier haben und am Ende davon haben wir den Blinddarm und dann kommt der Rektum und dann geht es raus also alles was hier fermentiert in diesem Bereich hier passiert bei der Kuh vor dem Magen der Hase hat nicht das Glück es passiert nach dem Darm also die Lösung zweimal durch unreines Tier und Pferdchen wie sieht es denn mit dir aus genau wie bei dem Hasen genau wie bei dem Heisen er hat auch am Ende des Darms ein Pferd wenn es wild ist isst seinen eigenen Kot wenn man ihm hochwertige Nahrung gibt Getreidearten dann hat er nicht nötig seinen Kot zu essen sehr interessant aber sein ganzer Metabolismus ist darauf eingestellt genau wie der Hase haben wir hier diesen Darm und am Ende haben wir diesen großen Sack worin hier diese Fermentation stattfindet und ein Hase ist auch ein Koprophag wie ein Hase ist er auch ein Koprophag und darum ist dieses Tier unrein es hat also höhere Giftstoffwerte in dem Fleisch als reine Tiere jetzt das Schwein ist noch mehr interessant als alle anderen ein Schwein ist omnivor ein Schwein wird alles essen ob es faul ist ob es gut ist ob es Pflanze ist ob es tierisch ist es wird alles fressen ob es vereitert ist macht nichts es wird alles fressen so dieses Tier wenn es alles frisst kriegt Giftstoffe in sich hinein wie fast kein anderes und es ist interessant dass ein Schwein bestimmte Viren in sich hat und dass Viren nur im Schwein so abgeändert werden konnten dass sie auch den Menschen angreifen konnte so in der Vergangenheit bestimmte Viren so wie Flu was ist das Grippen Viren mussten erst durch das Schwein und dann genetisch abgeändert wurden und dann konnten sie den Menschen angreifen heutzutage sieht das ganz anders aus wir werden gleich darüber reden und dann das Schwein hat auch noch eine Eigenschaft es hat intracelluläres Fett wogegen die anderen Tiere extracelluläres Fett haben und die Bibel sagt das Fett sollte man nicht essen und hier kann man es nicht meiden auch wenn man es abschneidet so hier haben wir ein Tier das sehr hoch an Giftstoffen ist im Fleisch und dann auch noch diese Eigenschaft hat um Viren und Parasiten und der gleichen zu übertragen jetzt die Parasiten kann man bekämpfen mit Chemikalien und so weiter aber gegen die Viren kann man nichts machen heutzutage werden die Tiere natürlich eingesperrt in solchen Käfigen damit sie sich nicht bewegen können das sind Masttiere sie sollen möglicherweise schnell wachsen und man gibt ihnen irgendwas zu essen ich war schon auf Farmen gewesen wo sie Hühnerfarmen haben und so wie die Tiere sterben die Hühner die sterben aus was für einem Grund auch die werden genommen oder Eier die nicht ausbrüten oder die faul sind oder was geht alles zu den Schweinen also was da in diesem Körper vor sich geht das geht wie sagt man in deutsch auf keine Kuhhaut und die Giftstoffe in dem Leib sind unglaublich from early warnings that chickens were laying fewer eggs the dioxin scandal und so weiter dioxin skandal alles was so verbreitet wird in dem Tierbereich das Schwein ist immer das Erste das zugreift dann haben wir auch diese African pork kind diseases die Krankheiten von diesen Tieren und wenn diese Tiere nur ein Zeichen der Krankheit haben dann werden sie schon geschlachtet und schnell zum Markt gebracht in Malaysia haben sie sämtliche Schweine getötet warum weil die Viren die Encephalitis beim Menschen hervorbringen Gehirnfieber Encephalitis in diesen Schweinen gegenwärtig war da haben wir so typisch wieder diese viren kritische Situation also ein Schwein ist ein gefährliches Tier zu essen burying the bacon Tausende von ihnen wurden getötet weil die Leute bekamen Encephalitis hier ist ein medizinisches Journal das sagt dass wir nicht erst Schweineherz gebrauchen müssen um die Ventile rauszuholen um zum Menschen zu übertragen wie früher weil die Viren jetzt so kritisch sind dass diese Encephalitis Viren durch diese Operation übertragen werden können und dann sterben wir vielleicht nicht von einem Herzinfarkt aber dann von Gehirnfieber von Encephalitis mit Schwein wird da auch verbunden Krankheiten wie Warunkel und Flechte und Gicht und Nesselausschlag viele viele Menschen sind allergisch gegen Schwein aber das heißt nur dass einige hypersensitiv sind und andere weniger sensitiv aber alle haben haben eigentlich die gleiche Gefahr nur der eine zeigt es mehr offen als der andere so das Schwein sagt die Bibel sollte man nicht essen es interessant dass Rommel im zweiten Weltkrieg seinen Soldaten verboten hat Schweinefleisch zu essen weil die Soldaten der anderen von der oder der Menschen umgeben und die Menschen umgeben nicht die Krankheiten hatten wie die deutschen Soldaten und als er das verboten hatte da ging es ihnen wesentlich besser das war ein Problem für die Deutschen aber alles was auf Tatzen geht unter den Tieren die auf vier Füßen gehen sollt euch unrein sein wer ihr Aas anrührt wird unrein sein bis zum Abend und wer ihr Aas trägt soll seine Kleider waschen und unrein sein bis zum Abend denn sie sind euch unrein also wenn sie sterben soll man sie nicht anfassen das heißt nicht dass man nicht mit einer Katze spielen kann und einem Hund spielen kann das wird dir nicht gesagt wenn das Tier tot ist und du festest mit deinen Händen an dann wasche deine Hände also die Wiesel Maus Molch hier sind einige Erklärungen Chamäleon Eidechse Blindschleiche Schnecke Maulwurf naja das sind auch Tiere hier dabei die keine Tatzen haben aber alle Säugetiere mit Tatzen und dann auch alle die Eidechsen Arten und so weiter das sind unreine Tiere nach Bibel also diese schönen kleinen süßen Tierchen sind unrein und warum weil sie alle so wie der Hase zum Teil so fressen jetzt hier haben wir ein Tier zum Beispiel Eichhörnchen und der gleichen das ist Chipmunk der frisst nur Saat aber wenn die Saat abwesend ist dann wird er auch anderes fressen zum Beispiel auch tote Tiere und der gleichen und die Giftstoffe sind wesentlich höher dieses Tier das Verdauungssystem ist nicht nah bei der Effektivität einer Kuh darum ist er ja wie ein Orkan in in einem Wildpark er schmeißt alles um frisst Rinde Bäume Holz alles mögliche ist sehr uneffektiv was diese Verdauung betrifft hier hat einer gedacht ich bin eine Gefahr und da steht er so nur ein paar Meter weg und dann hat er nachher versucht uns zu fangen durch seinen Rüssel da rein zu stecken und das schöne liebliche Tier hier ist auch unrein das ist auch unrein und jetzt wollen wir mal sehen warum und hier haben wir ein Experiment das gemacht wurde ein ganz interessantes Experiment man hat Pflanzen genommen bestimmte Pflanzen zweiprozentiges Muskelextrakt verschiedener Tiere als Nährmedium für Samen von der weißen Lupine also man hat die weiße Lupine gepflanzt in verschiedenen Töpfen und dann hat man dieses Extrakt gemacht ein 2% Muskelextrakt von den verschiedenen Tieren und dann hat man das als Beinährung den Pflanzen gegeben sie waren also alle in gleichem Medium und dann dieses Tierprodukt hinzugegeben und interessant ist man hat dann ausgerechnet ob ob das Wachstum eingeschränkt wird oder nicht und wenn es 100% war dann heißt es da war keine Einschränkung die Pflanze ist noch immer 100%ig gewachsen im Vergleich zu einer Kontrollengruppe wenn da eine Einschränkung war dann ist es weniger wie 100% und wenn wir die Tiere dann da ablesen dann sehen wir Phytotoxica Index der Säugetieren und dann haben wir ein Schaf da oben 94% also eine 6% Einschränkung des Wachstums im Vergleich mit der Kontrollgruppe und wenn wir so runter gehen dann ist der Ochse da 91% die Ziege 90% der Hirsch 90% Kalb 82% und dann der Hund sobald es zu einem unreinen Tier kommt Bumm ist da ein gewaltiger Sprung der Hund 62% Schwarzbär 59% Grizzlybär 55% Braunbär 55% Schwein 54% mit anderen Worten die Pflanze wurde fast 50% unterdrückt in ihrem Wachstum Katze 53% Murmeltier 53% Opossum 53% Silberfuchs 50% Hase 49% Meerschwein 46% Hamster 43% Kamel 41% Hörnchen 39% und Pferd 39% das ist interessant ne mit anderen Worten diese Pflanzen werden unterdrückt in ihrem Wachstum sobald wir unreine Extrakte oder Extrakte von unreinen Tieren dazugeben hier ist der Phytotoxikalis also haben wir es ein bisschen größer das ist natürlich besser hätte ich nicht so schräg stehen brauchen beim Lesen wieso sind diese Tiere unrein wieso sind alle Reptilien unrein Reptilien sind Kaltblütler Kaltblüter und das heißt dass sie ihre Verdauung optimal nur entwickeln können wenn sie eine bestimmte Körpertemperatur haben wenn wir also eine Schlange haben und wir füttern diese Schlange mit sagen wir mal Ratten im Sommer dann findet eine normale Verdauung statt wenn wir die gleiche Schlange nehmen und im Winter füttern wir sie eine Ratte was passiert dann mit der Schlange habt ihr eine Idee sie stirbt warum weil die Temperatur die Optimum Temperatur nicht erreicht wird also der Metabolismus ist nicht hoch genug und somit verfault diese Ratte in der Schlange und die Giftstoffe die da gezeugt werden töten endgültig die Schlange also keine gute Idee deine Lieblingsschlange im Winter zu füttern außer wenn du sie warm genug machst damit sie optimal verdauen kann also alle Reptilien haben dieses Problem also manchmal ist die Verdauung optimal manchmal ist die Verdauung nicht optimal und somit haben wir das Problem dass die Giftstoffe in dem Körper wesentlich höher sind bei diesen Tieren als bei anderen wenn sie auch Pflanzen fressen also sie sind alle nach Bibel unrein also alle diese Tiere sind schön zu betrachten und mit zu spielen aber sie sind nicht zum Essen eine Person kam mal zu mir nach meinen Vorträgen und hat gesagt gut dann gebe ich mein Pferd weg und meine Katze dann habe ich gesagt bitte die Bibel sagt nicht du darfst nicht mit der Katze und mit dem Pferd spielen du darfst sie nur nicht essen also dieses schöne Tier kann man schon auf den Finger nehmen und streicheln solange es dir keinen Kuss mit der Zunge gibt da ist der Basilisk sind schon schöne Tierchen sieht aus wie ein kleiner Drache süß das Tier ist weniger süß und der Frosch der hat das gleiche Problem das sind all die Kaltblütler Iguana Hund, Katze unrein sie haben Tatzen und was fressen die? das sind Fleischfresser in der Natur fressen sie Fleisch jetzt optimal was rein ist ist alles was Pflanzen frisst alle reinen Tiere sind Pflanzenfresser nur Pflanzenfresser und dann haben wir Tiere die unrein sind obwohl sie nur Pflanzenfresser sind so wie der Hase und 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 wie wir sie besprochen haben und warum sind die unrein? weil die Umstände sich geändert haben ihre Ernährung sich umstellen die ganze Verdauung anders verläuft Giftstoffe höher im Spiegel sind als bei denen die nur Pflanzen essen aber einen Vormagen haben also nur die die Vormagen haben dürfte man essen die anderen sind alle sämtlich unrein sogar bei den Pflanzen wenn sie dann ein Tierprodukt essen dann sind sie total unrein und durften nicht gegessen werden also alle Raubtiere sind unrein alle und die Giftstoffe in einem Raubtier sind auch höher als anderswo heutzutage haben wir ja das Ereignis dass Giftstoffe im Meer übertragen werden von einem Tier zum anderen sodass in den verschiedenen ökologischen Schichten die Tiere mehr und mehr vergiftet werden und wenn sie oben in dieser Kette sind dann sind sie am meisten vergiftet darum die Vögel zum Beispiel die Fische essen und so weiter die wurden sehr eingeschränkt vor kurzem wegen DDT und so weiter also alle Raubtiere sind unrein hier haben wir Ratten zum Beispiel und da sehen wir dass sie auch diesen großen Platz haben wo sie fermentieren können wenn sie Pflanzen essen also auch sind sie Koprophagen so wie der Hase und darum sind sie unreine Tiere und diese Tiere sind Carnivora und darum sind sie unrein gut also nur Pflanzenesser mit Vormagen waren rein jetzt kommen wir mal zu den Fischen jetzt wird es interessant dieses dürft ihr essen von allem was im Wasser ist alles was Flossen und Schuppen hat im Wasser in den Meeren und in den Flüssen das dürft ihr essen aber alles was keine Flossen und Schuppen hat es muss also beides haben Flossen und Schuppen in den Meeren und in den Flüssen von allem Gewimmel des Wassers und von jedem Lebewesen das im Wasser ist so sollen euch etwas abscheuliches sein ja etwas abscheuliches sollen sie euch sein und was sagt die Menschheit meine Delikatesse und der Franzose was sagt der Escargot Escargot wenn es eine Schnecke ist und so weiter naja die ganze Menschheit ist so nicht nur die Franzosen und die Bibel sagt das sollen wir nicht essen von ihrem Fleisch sollt ihr nicht essen und ihr Aas sollt ihr verabscheuen alles im Wasser was nicht Flossen und Schuppen hat soll euch verabscheuen gut da haben wir jetzt einen normalen Fisch und der hat Schuppen und der hat Flossen und wieso ist der jetzt rein und die anderen unrein und da haben wir einen Aal zum Beispiel hat der Schuppen nein und hier haben wir Catfish und so weiter die haben keine Schuppen das sind unreine Tiere jetzt der hier frisst auf dem Boden alles was verwest frisst er da unten und filtriert es raus der ist sehr karnivorisch und es ist sehr interessant je mehr karnivorisch ein Fisch ist einige Mitschuppen sind karnivor ist interessant aber sie wachsen auf nicht karnivor sie sind algenfresser und dann ein Fisch hat ganz interessante Enzyme so wie ein Kaltblütler ein Problem hat dass er ständig einen Wechsel hat so kann ein Fisch dieses überwinden denn Wasser bleibt bei einer bestimmten Temperatur und hat nur eine Jahresveränderung und ein Fisch kann das überwinden indem er die ganze Optimum Aktivität der Enzyme ändert von einer Jahreszeit zur anderen sodass er immer die gleiche Metabolition hat also fantastisch wie das vor sich geht also die Tiere die keine Schuppen haben sind meist Karnivorer oder Aas Fresser und dann der Hai natürlich die ganze Hai Gruppe die Rochen und so weiter die sind sehr sehr interessant diese Tiere leben im Meer und im Meer ist der Salz Inhalt des Meeres bei ungefähr 1000 Milliosmolar aber das Blut das Salz im Blut ist ein Drittel davon jetzt hat das Tier ein Problem beim Fisch mit Flossen und Schuppen ist es das gleiche wie beim Hai auch ein Drittel Salz von dem was im Meerwasser ist aber der Fisch mit Flossen und Schuppen der hat Enzyme in den Kiemen die diese Salze ausscheiden die scheiden sie aus so kann er Salzwasser trinken und er kann es entsalzen und so hat er kein Problem aber der hat nicht diese Enzymen in diesen Kiemen und jetzt hat er ein Problem wie schafft er es damit er das Salzwasser trinken kann so wie die anderen wie scheidet er es aus weil er hat eine kleine Drüse im Darm wo er Salz ausscheiden kann aber er braucht nicht das Salzwasser trinken wieso nicht er hat eine andere Lösung jetzt normalerweise wenn wir Eiweiß verdauen dann produzieren wir Harnstoff und diesen Harnstoff scheiden wir aus weil das ist ein Giftstoff aber nicht der Hai und nicht der Rochen der hält diesen Harnstoff zurück und lässt den Spiegel ansteigen bis seine totale Konzentration im Blut höher wird als die Osmolarität des Meereswassers und das heißt durch Osmose wird Wasser dem Meerwasser entzogen und geht in den Hai hinein aber er tut das nur durch den er diese Urium diese Harnstoffe ansteigen lässt jetzt das heißt dass das was wir normalerweise ausscheiden hält der zurück im Blut einigermaßen auch so wie das Kamel ein unreines Tier es hält Giftstoffe zurück jetzt wenn die Fischermänner vom Osten was ist die größte Delikatesse die sie holen wollen von diesem Hai sie holen diese Finne runter und dann trocknen sie sie und was dann passiert bei dem trocknen ist dass die Harnstoffe kristallisieren also da sind kristallisierte Harnstoffe in diesen Flossen gegenwärtig und das ist so wie ein Teesack und wenn ich den jetzt in heiße Wasser hineintue um eine Suppe zu kochen was kommt denn dann da raus Harnstoff jetzt was machen wir normalerweise mit Harnstoff wir gehen aufs Klo und ziehen die Kette das ist was wir machen aber nicht diese Leutchen die tun sich das in den Teller und dann bezahlen sie Unmengen Geld für diese Suppe denn die hat einen besonderen pikanten Geschmack also wenn man das billiger machen wollte dann schlage ich vor zwei Tage nichts trinken und dann das übrige in den Teller hinein in statt ins Klo und dann hat man ungefähr das gleiche also ist das ein unreines Tier biblisch gesehen ja oder nein ich denke wohl ich denke wohl und alle diese Tiere hier sind unrein sie sind alle Ass Fresser sie essen alles was Ass ist man fängt sie natürlich am besten da wo die Abwässer ins Meer hineingehen also einige Personen sind ultra allergisch weil auch die Substanzen die da drin sind allergenisch sind und dann auch die Nerven Übertragungsprodukte sind anders wie bei uns und so haben wir die große Möglichkeit für hyper allergische Reaktionen also diese Tiere nach Bibel sind alle unrein ich habe sie alle gegessen vor dem ich das gewusst habe und ich habe natürlich Langustinen und Krebs und so weiter genossen wie wahnsinnig aber ich habe gewusst wenn ich einen gegessen habe dann war es schon gut mir war es übel danach aber das war die Mühe wert aber manchmal habe ich zwei gegessen und habe ich eine ganze Woche im Bett gelegen und nur bin weiter reden und dann ist man so doof und dann macht man das wieder und wieder und wieder so alle diese Tiere hier nach Bibel sind unrein sie sind Aasfresser oder sie sind Karnivorer so wie Tintenfische und so weiter aber das ist ja eine Delikatesse viele Leute können sie überhaupt nicht essen sie sind allergisch aber jeder Mensch ist eigentlich allergisch jeder Mensch so wenn wir den phytotoxischen Index von Fischen betrachten dann wird es jetzt erst mal interessant Wolfsbarsch 103% die Pflanze wächst sogar ein bisschen besser Hering aber ich muss euch sagen dass das ist schon eine längere Zeit her gemacht vor dem die Umwelt so verschmutzt war wie jetzt Hecht 98 Lachs und so weiter Thunfisch 88% da ist es schon wesentlich weniger Halibut Sonnenbarsch und so weiter zum Bahaifisch dann springen wir runter in die 60% und wenn es zum All kommt 40% der ist total einschränkend also wiederum haben wir einen Vergleich jetzt der Thunfisch ist sehr interessant Thunfisch ist ein Top Karnivor und wenn man den Thunfisch fängt dann kann man die Schuppen mit der Hand runter streichen sie sitzen nicht fest jetzt ein orthodoxer Jude wird meist nicht etwas essen wo die Schuppen nicht fest sind ich habe mal geredet mit einem Wissenschaftler von Israel die züchten Fische um zu verkaufen und die haben das schon so genetisch fest da müssen zumindest zwölf Schuppen sein die schwer runter kommen sonst werden sie als unrein betrachtet und dann haben sie keinen Markt dafür also wenn die Schuppen so runter kommen dann sitzt dieses Tier so auf der Grenze ist es rein es ist unrein es ist unrein es ist unrein und wir haben in Südafrika einen Fisch der heißt Snook das ist ein Lieblings Fisch viele Snook werden gefangen das sind auch ein Top Karnivor so in dem gleichen Bereich wie ein Thun Fisch auch der hat Schuppen aber man kann sie auch mit der Hand abfegen und Aasfresser haben überhaupt keine Schuppen haben also sehr hohe Giftraten jetzt als ich noch alle diese Dinge aß habe ich dieses Tier nie gegessen denn als Wissenschaftler habe ich schon gewusst dass wenn ich ihn so aufmache und ich schaue mir das Fleisch an da sieht man überhaupt gar nichts es sieht alles aus wie fantastisches Fleisch und es schmeckt sehr pikant aber als Wissenschaftler mit meinem wissenschaftlichen trainiertem Auge habe ich da was gesehen was nicht so angenehm ist nämlich zigtausende Blaswürmer und die sehen genau aus wie das Fleisch da habe ich immer meine Studenten geholt habe ich so eine Nadel genommen und habe gesagt jetzt pass mal auf und wenn du da so piekst dann macht diese Blase Kips und was ist in dieser Blase von diesen Blaswürmern konzentriert Harnstoff und darum schmeckt dieser Fisch so pikant das ist so wie der Hai ja also ein Top Carnivor möchte man nicht gerne essen heute haben wir ein anderes Problem heute haben wir Umweltverseuchung und sogar die reinen Fische haben das Problem dass sie erkrankt sind dass sie Leberkrebs haben dass sie Geschwüre haben dass sie PCB haben und andere Giftstoffe so wie zum Beispiel TBT Tri Butyl Tin das ist eine Substanz die sie gebrauchen an Schiffen um Barnacles diese Muschelkrabben wegzuhalten von den großen Öltänkern nur da darf es gebraucht werden und die Robben sterben heutzutage in Tausenden und werden an Land gespült weil ihr Immunsystem angetastet ist warum weil diese Substanz vermehrt sich in der Kette in der Ernährungskette und die Robbe ist natürlich am obersten Platz fängt diese Fische und hat diese Substanz im Fett bis zu 50 Teile pro Million Pots per Million 50 das ist hoch jetzt das ist nicht gefährlich wenn es im Fett bleibt aber wenn das Tier sagen wir mal ein paar Tage nicht so viel zu essen kriegt wie normalerweise verbrennt das Tier das Fett und dann kommt dieser Stoff ins Blut Immunsystem ist weg und zack jetzt der Mensch ist auf der gleichen Ebene wie die Robbe nimmt auch diese Tiere und isst sie wir haben also auch diese Substanzen in unserem Fett jetzt werden wir krank und dann haben wir vielleicht Fieber was verbrennen wir wenn wir Fieber haben unser Fett und wenn wir unser Fett verbrennen dann sind diese fettlösigen Giftstoffe kommen dann frei kommen ins Blut und was passiert dann mit unserem Immunsystem das gleiche und dann sagen wir die Krankheiten werden so viel schlimmer wie damals man erholt sich nicht unter Antibiotika und dies und das und jenes und das ist wahr aber der Grund ist wir sind vergiftet von diesen Giftstoffen so was heute biblisch rein ist heißt noch lange nicht dass es rein ist so vielleicht kommt da eine Zeit wo man sagen muss die Umgebung ist so verschmutzt dass das was rein ist nicht mehr rein ist und was wird denn den Tieren gefüttert von diesem Fleisch das wir essen was wird den Kühen zugegeben was wird all diesen Mast Tieren gefüttert wart ihr schon mal in Amerika bei diesen Megaflächen Mast Tieren wart ihr schon mal da habt ihr mal gesehen was die fressen da stehen einem die Haare zu Berge sie mussten absolut vegetarisch sein um rein zu sein also kein Tier fast qualifiziert mehr alle diese schleimigen griechischen kleinen Tiere nach Bibel sind unrein unter den Vögeln sollen die folgenden ein Gräuel sein der Adler der Habich der Fisch der Geier die Weihe die Raben und dann haben sie hier den Strauß der Strauß ist kompliziert und man weiß nicht genau ist das jetzt richtig nach der Bibel oder nicht das sind so viele Übersetzungsmöglichkeiten andere sagen da Eule wenn wir es Eule lassen dann sehen wir dass alle die Tiere die hier genannt werden sind was sind alle Fleischfresser und somit sind sie unrein der Storch der Reier und so weiter jetzt kommen wir wieder zu unserer modernen Zeit und wir schauen uns die Hühner und die Tiere an wie sie heute gefüttert werden einige kriegen Fischmehl einige kriegen Karkassenmehl all solche Sachen sind sie dann noch rein ja oder nein dann gelten sie eigentlich nicht mehr als rein so heutzutage müsste ich sagen was rein ja war vor 100 Jahren oder sogar vor 50 Jahren kann ich mehr rein sein heute und die Tiere die rein waren die man essen konnte das waren alle die die einen ganz bestimmten Kropf hatten und wieder darum so ein Vormagen und da ist der Vogelstrauß jetzt so ein Problemkind weil er hat einen Kropf frisst aber auch alles aber hat einen ganz anderen Fuß als die anderen Tiere jetzt der Fuß hat eine Rolle gespielt bei rein und unrein bei den Vormäglern ich weiß nicht ob er hier eine Rolle spielt ich will nicht wagen um zu sagen dass der Vogelstrauß unrein ist aber nach dem was er isst und seine seiner anderen Anatomie hier würde ich persönlich meinen er neigt ans Unreine aber ich bin da nicht dogmatisch dann alles was flossen hat soll unrein sein das ist eigentlich logisch obwohl einige sagen die haben einen Kropf aber die meisten haben auch keinen Kropf wenn sie Fische und andere Tiere essen oder oder filtrieren so wie viele Enten dann sind sie unrein weil sie sind nicht nur vegetarisch also diese Vögel sind alle unrein die wir hier sehen sie sind alle Tierfresser sie sind schön aber sie sind unrein weil sie höhere Giftstoffe haben als andere hier ist der Kondo interessant sie sagen das ist ein Produkt der Ko-Evolution weil diese Tiere haben meist keine Federn am Kopf und der hier ist hübsch und hässlich gleichzeitig die haben keine Federn wieso haben die keine Federn weil sie in den Karkassen von toten Tieren rumgraben und dieser Schleim und dieses Fett und alles geht an den Kopf und wenn da Federn wären dann wäre das ein Brutplatz für Bakterien und dergleichen und so ist es besser wenn sie keine Federn in diesem Bereich haben aber sie sehen hässlich aus hat Gott hässliche Tiere so wie diese geschaffen ja oder nein ich denke nicht ich denke das ist ein Produkt des Sündenfalls also wenn wir den phytotoxischen Index von Vögeln betrachten dann ist die Taube ein schönes sauberes Tier die Stockente 90 Wachtel Blas, Huhn Schwan und so weiter die Vögel sind besser dran wie all die anderen Huhn aber sobald wir zu einem absolut Fleischfressenden kommen dann ist da ein beträchtlicher Fall Eule Krähe und so weiter und das sind die Aasfresser Buzzer 36 ganz eindeutig chemisch ein enormer Unterschied Unter den Insekten darf man essen eine Heuschrecke so sagt es hier die Heuschrecke alles aber was sonst Flügel und vier Füße hat soll euch ein Gräuel sein die Wissenschaftler haben immer gesagt jetzt hör mal her die Insekten haben doch nicht vier Füße wie viel haben die sechs die Bibel weiß ja nicht wovon sie redet habt ihr schon einmal eine Fliege beobachtet was macht sie mit den ersten beiden Beinchen sie putzt sich sie macht alles damit was ist das also das ist eine Hand das ist eine Hand ein Arm und die anderen sind vier Beinchen also dieses Tier ist ein reines Tier was ist es es ist Herbivor hat einen hohen Metabolismus und nicht wie andere Kaltblütler wo der Metabolismus sich so senkt wie bei einer Eidechse und dergleichen sind sie sehr gleichmäßig in ihrer Temperatur aber den würdet ihr doch nicht essen ja oder nein auch nach Christi Zeit würdet ihr den essen den Mistkäfer ich dachte der ist jetzt plötzlich rein erklärt und der hier wo auf wie viel Beinchen geht er auf vier nicht wahr aber er ist doch ein Insekt die Bibel ist nicht so dumm ich denke die Wissenschaftler sind manchmal so dumm und die Libelle was frisst die die ist auch ein Carnivor also unrein alles worauf eines von ihnen fällt wenn sie tot sind wird unrein sein jedes Holzgerät oder ein Kleid oder Fell oder Sack jedes Gerät wo mit einer Arbeit verrichtet wird das soll ins Wasser getan werden und wird bis zum Abend unrein sein dann wird es rein sein das sind interessante Gesetze und jedes Tongefäß in das eines von ihnen hineinfällt alles was darin ist wird unrein sein und das Gefäß sollt ihr zerbrechen also wenn ihr kommt und ihr habt einen Topf und eines Tages findet ihr eine tote Ratte in diesem Topf was macht ihr dann mit dem Topf zerbricht ihn sagt die Bibel das ist faszinierend aber Kleider und so weiter kann man waschen jetzt Ton ist fast so wie Kohlenstoff es saugt alles auf und wenn ein Tier tot ist und da ist Feuchtigkeit dann geht diese Substanz in diesen Ton hinein und man würde nicht wieder raus kriegen und wenn man dann Wasser dazu tut oder was rein tut dann kommen diese Giftstoffe ständig rein jetzt hier ist noch was ganz interessantes ein Ofen und Herd sollen niedergerissen werden unrein sind sie also diese Öfen wurden gebaut aus Ton wir werden gleich sehen jetzt hier ist was ganz besonderes wer aber das Aas darin berührt wird unrein sein und wenn von ihrem Aas etwas auf irgendwelche Saat fällt die gesät wird ist sie rein wenn aber Wasser auf den Samen getan wurde und es fällt von ihrem Aas etwas auf ihn soll er euch unrein sein das ist faszinierend was für ein Experiment haben wir denn immer besprochen bei rein und unrein wie wird eine Pflanze beeinflusst durch ein unreines Tier sie wächst schlechter nicht wahr also das was sie erzeugt am Ende wird das weniger oder mehr gut sein weniger gut sein also wenn das Tier auf diese Saat fällt und es ist trocken dann passiert da ja kein Austausch wenn da Wasser dazu kommt dann werden die Giftstoffe in diese Saat hineingehen und wenn du diese Saat pflanzt dann wird sie weniger gut sein als eine die das nicht hatte das haben wir in den Experimenten gesehen also ganz logisch nicht diese Saat pflanzen hol das raus schmeiß es weg und der Ofen was von dem Ofen und dem Gefäß wenn ich jetzt etwas hier drin hatte was tot ist und das ist hier reingelaugt in diesen Ofen und dann nachher backe ich etwas in diesem Ofen und es ist da und der Ofen wird warm und diese Stoffe werden freigesetzt als Gase wo gehen sie dann rein in die Nahrung und dann esse ich das und diese Stoffe beeinflussen mich und einige von ihnen sind ja karzinogenisch das heißt sie können Krebs zeugen oder was für Krankheiten auch immer oder Viren und dann hat man das Problem nur Fleisch mit seinem Leben seinem Blut sollt ihr nicht essen eine ewige Ordnung bei Generationen in allen euren Wohnsitzen keinerlei Fett und keinerlei Blut dürft ihr essen jetzt jeder Wissenschaftler wird sagen warum wir das Fett abschneiden müssen wegen Cholesterin und Herzinfarkt und kardiovaskulären Problemen und so weiter aber das Blut ist ja auch die Substanz die alle Nahrungsmittel mit sich trägt aber auch was mit sich trägt alle Giftstoffe alle Giftstoffe werden ja getragen zur Niere die Niere filtriert sie aus dem Blut heraus wir scheiden sie aus und dann sind da auch Substanzen in dem Blut die das DNA beeinflussen und dann wird man schneller älter also ein Ofen der verseucht ist der wird für lange Zeit jedes Mal wenn er erhitzt wird diese Gase abgeben also macht den kaputt baut da ich einen neuen das ist ja nur ein Lehmofen der da zusammen gebastelt wurde und das ist guter Rat also ist die Bibel so dumm ja oder nein scheint mir nicht ihr sollt kein Blut essen in allen euren Wohnsitzen es sei von den Vögeln oder von dem Vieh dieses Verbot war nicht nur im Alten Testament gültig sondern auch im Neuen hier steht es in Apostel Geschichte 15 20 ihr sollt euch von ersticken und Blut enthalten wieso sollte ein Tier nicht erstickt werden Nummer eins wenn du es erstickst entnimmst du ihm Sauerstoff und dann bauen sich die Giftstoffe auf Nummer eins Nummer zwei wenn es dann schon tot ist kann das Herz nicht mehr das Blut rauspumpen aus den Muskeln und aus den Gefäßen und so hat man das Problem dass man das Blut essen muss also unrein Matthäus 15 11 nicht das was zum Mund hinein kommt verunreinigt den Menschen sondern was aus dem Mund heraus kommt das verunreinigt den Menschen und einen Text haben wir auch in Markus der das gleich gesagt und es ist interessant dass die NIV Bibel im Englischen fügt dann ihren eigenen Senf dazu und sagt dadurch hat Jesus alles Fleisch rein erklärt was überhaupt gar nicht im ursprünglichen Text steht denn das ist was die Menschen gerne haben wollen Apostelgeschichte 10 Vers 1 und weiter werden auch natürlich genannt als das Beispiel warum wir heute unreine Tiere essen dürfen und ihr kennt ja die Geschichte in Caesarea lebte ein Mann namens Cornelius und der war ein Nicht-Jude ein Hauptmann der Schah war also Römer und der hatte eine Vision und schickte dann jemand zu Petrus um ihn zu holen aber ein Jude wäre nie zu einem Nicht-Juden gegangen der sah um die neunte Stunde des Tages der Petrus ein Gesicht daher an diesem Tag deutlich einen Engel Gottes zu ihm hereinkommen der zu ihm sprach er soll zum Petrus gehen das ist der Cornelius er aber blickte ihn an er sprach und sprach was ist Herr er sprach zu ihm deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgekommen zu Gott so dass er ihre gedacht hat und nun sende Männer nach Joppa und lass Simon holen mit dem Beinamen Petrus unerhört ein Jude wird nie zu mir kommen kann nicht passieren aber Cornelius gehorcht und wir lesen am folgenden Tag aber als jene auf dem Weg waren und sich der Stadt näherten stieg Petrus auf das Dach um zu beten etwas um die sechste Stunde da wurde er sehr hungrig und wollte essen während man aber etwas zubereitete kam eine Verrückung über ihn er bekam eine Verzückung ja fast eine Verrückung aber nur eine Verzückung kam über ihn also er bekam eine Vision und er sah den Himmel geöffnet und ein Gefäß zu ihm herabkommen ihr kennt ja die Geschichte den Tuch und vier Enten und was war da drin vierfüßigen Tiere der Erde Raubtiere kriechende Tiere was für Tiere sind denn das alles die unreinen Tiere und Vögel des Himmels und seine Stimme sprach zu ihm steh auf Petrus schlachte und isst und Petrus sagte ja Herr wenn du es befiehlst tue ich es sofort nein er sagte keineswegs Herr denn ich habe noch nie etwas Gemeines oder Unreines gegessen ist das nach oder vor der Himmelfahrt nach er hat also noch nie was Unreines gegessen und wehrt sich keineswegs Herr das tue ich nicht das ist zu schlimm für mich aber die Stimme hört nicht auf zum zweiten Mal was Gott gereinigt hat das halte du nicht für gemein dies geschah dreimal und dann wurde das Gefäß zum Himmel aufgegangen und so wusste Petrus jetzt ist Unreines rein er machte sich auf zum nächsten Schweineschlachter und aß sofort ein Stück Schwein weil das ist was Gott befohlen hatte ja oder nein nein was hat er denn gemacht sehr interessant als aber Petrus bei sich selbst ganz ungewiss war was das Gesicht bedeuten solle er hat also kapiert das Gesicht bedeutet etwas anderes nicht es unreines das hat irgendeine andere Bedeutung was es bedeuten sollte dass er gesehen hatte siehe da standen die von Canelius abgesandten Männer die das Haus Simon erfragt hatten am Tor angang und sie riefen und erkundigten sich ob Simon mit dem Beinamen Petrus hier zu Gast sei sie riefen warum riefen sie weil ein Jude hätte einen Herzinfarkt gekommen wenn sie geklopft hätten und sie hätten ihn angucken können ich habe euch ja gesagt die orthodoxen holen den Hut raus und gucken einen anderen nicht erst an während Petrus nun über das Gesicht nach dachte sprach der Geist zu ihm siehe drei Männer suchen dich dann stehe auf steige hinab und ziehe ohne Bedenken mit ihnen denn ich habe sie gesandt so jetzt wusste er worum es ging und so lesen wir weiter ging Petrus zu den Männern hinab die von Cornelius zu ihm gesandt warten und so weiter und so weiter sie sprachen warum er kommen sollte dann musst du kommen zu seinem Volk als nun Petrus gerade hineinkam zu Cornelius und ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und huldigte ihm und Petrus sagte hier küsse meinen Ring nein Petrus aber richtete ihn auf und sprach sieh auf auch ich bin ein Mensch also bete mich nicht an verehre mich nicht ich bin ein ganz normaler Mensch und während er sich mit ihm unterredete ging er hinein und fand viele versammelt und er sprach zu ihnen und dann sagt er ihr wisst dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist mit einem Angehörigen eines anderen Volkes zu verkehren oder sich ihm zu nahen doch mir hat Gott gezeigt dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll steht das Gesetz von rein und unrein heute noch ja oder nein wenn die Bibel sagt du hast eine Not und geh raus außerhalb den Zelten und nimm einen Spaten und das was du gemacht hast in einem Loch mach wieder zu das gehört zu den reinen unreinen Gesetzen wenn es wahr wäre dass die aufgehoben sind dann müsste es okay sein das nicht zu bedecken heutzutage ja oder nein wenn die Bibel sagt wenn du mit einer Leiche gearbeitet hast wasche dich wenn etwas unreines ein totes Tier angefasst hat wasche dich wenn das aufgehoben wäre dann wäre es heute nicht mehr nötig aber eindeutig die ganze moderne Medizin fing eigentlich an mit der Entdeckung wenn ich mit einer kranken Person gearbeitet habe wasche die Hände so fing die moderne Medizin an sie beruhte sich auf die Reinheits Gesetze wenn wir die Gesetze mit Geschlechtsverkehr und diese Dinge betrachten wo man keinen Umkehr haben darf nach Bibel während der Monatszeiten und so weiter heute könnten wir uns viel Leid ersparen in dieser Welt mit Endometriose und Krankheiten wo diese Zellen in den Körper hinein gequetscht werden und dann dieses monatliche Bluten und der gleichen stattfindet die Gruppen die sich daran halten die haben keinen Zervikalen Krebs wie die restlichen Bevölkerungen der Welt sie haben nicht diese Erkrankungen so wie die große Menge Endometriose und so weiter wie die restliche Welt diese Reinheitsgesetze machen sehr viel Sinn und Gott hat alles gut geschaffen sehr gut rein und unrein ist eine Konsequenz der Sünde und existierte sofort nach der Sünde hat nichts mit den Juden zu tun denn Noach musste schon darauf achten und die Völker haben es auch zum Teil zurück behalten und dann ist es mit der Zeit verloren gegangen und die Welt war schön sie war sehr schön und man kann heute noch das Schöne sehen und das Gute vor allem in den Vögeln der Welt kann man sehen dass die Welt eines Mal gut gewesen ist hier ist dieser prächtige Vogel das ist naja wie heißt er denn wieder das Sacred Ibis ist er in der Ibis und das ist der heilige Ibis so sah er wahrscheinlich in Eden aus prächtiger Vogel und das sind seine Verwandten heute und der sieht hässlich aus und warum ist der hässlich weil er sich anders ernährt als der andere können sie sich noch verpaaren absolut und dann ist die Konsequenz so ein mittelprächtig schönes hässliches Tier ja ich sage immer dazu es ist ja immer erstaunlich wie die hässlichen Männer all die schönen Frauen kriegen irgendwas ist nicht fair in dieser Welt aber so passiert es auch manchmal in der Tierwelt also Gott hat genug hinterlassen dass wir wissen können wie es war es war gut es war sehr gut es war erstaunlich gut und dann sagt die Bibel und siehe ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde und das frühe wird man nicht mehr denken und es wird nicht mehr in den Sinn kommen und das neue Testament sagt das gleiche wir haben wir verheißen einen neuen Himmel und eine neue Erde in denen Gerechtigkeit wohnt Römer sagt denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen nicht freiwillig und so weiter und so weiter und dann sagt er die ganze Schöpfung stöhnt mit Seuf und mit Wehen liegt bis jetzt wegen dem Sündenfall das sind also Konsequenzen die wir hatten hier ist ein fantastischer Text und der Wolf wird beim Lamm weilen und der Leopard beim Böckchen lagern das Kalb und der Junglöwe und das Mastvieh werden zusammen sein und ein kleiner Junge wird sie treiben Kuh und Bären werden miteinander weiden ihre Jungen werden zusammen liegen und der Löwe wird Vegetarier sein wie das Rind also die Bibel sagt so war es ursprünglich so wird es wieder sein wird rein und unrein endgültig doch verschwinden ja aber was war die ursprüngliche Nahrung der Menschen rein pflanzlich werden wir unseres Nachbarns Lieblingstier aufessen auf der neuen Erde ja oder nein die Bibel sagt nein kein Tier wird ein anderes essen und kein Mensch wird was anderes essen wir gehen zurück zum ursprünglichen jetzt überlegt euch das mal so war es ursprünglich so sagt Jesaja wird es sein auf der neuen Erde es wird keine Giftschlange mehr geben diese Dinge werden vorbei sein und die Tiere werden wieder sein wie sie ursprünglich waren jetzt wenn die Erde mehr und mehr verseucht wird mit der Zeit ist es dann logisch dass was vor Jahren noch rein war vielleicht heute unrein ist ja oder nein also ist es nicht ein Schutz der uns gegeben wird wenn wir uns umstellen auf das was unseren Körper mehr und mehr angleicht an dem was rein war ja oder nein das ist nur ein Ansatz den ich hier habe denn es wird nichts böses noch verderblich handeln auf meinem ganzen heiligen Berg denn das Land wird voll von Erkenntnis des Herrn sein wie von Wasser das das Meer bedeckt die Erde wird erneuert werden es ist nicht unlogisch das rein und rein gilt heute und es ist auch nicht unlogisch dass man sich mehr und mehr vegetarisch ernährt und die ganze Wissenschaft erklärt dass eine rein vegetarische Ernährung die gesündeste Ernährung ist Völker die sich diesmäßig erhalten sind viel gesünder haben nicht die sekundären Krankheiten und leben auch wesentlich länger aber das ist ja nicht der springende Punkt wie lang man lebt die Frage ist was ist die Qualität des Lebens der weil man länger lebt und diese Qualität ist beträchtlich höher sie haben nicht diese Probleme der westlichen Welt die Völker die so leben und ich glaube wenn wir Gottes Wort richtig verstehen und seinen Willen tun wollen dann können wir nicht nur geistlich sondern auch körperlich gesund sein und ich denke das ist was der Herr haben möchte und in einer Zeit der geistlichen Verschwörung so wie heute denke ich es ist absolut notwendig dass wir einen klaren Verstand haben also halten wir uns fern von allem was den Körper verunreinigen kann und ist das nicht was im Römerbrief geschrieben steht ja oder nein genau das gleiche steht da das ist unser reasonable service das ist etwas was wir mit Spaß tun sollten weil es logisch ist so möge der Herr euch helfen um nicht nur geistlich stark zu stehen in ihm aber auch körperlich danke zu unter 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2